Hier nun wieder eine beliebte Bauernregel. Liegt der Bauer unterm Tisch, war das Essen immer frisch? Äh, nimmer. Okay. Hier nun wieder eine beliebte Bauernregel. Wenn es draußen... Nee, der war nicht versprochen. Wie soll ich den sagen? Was wird aus... HP Baxter. Männer sind wie Zwiebeln. Ist erst die Schale herunter, ist alles... Okay, gut, der war zu gut. Komm, für die kurze Zeit hat er es gut hingekriegt. Der liebe Gott antwortet, damit sie dir gefällt. Und warum hast du ihr so ein angenehmes Wesen gegeben? Damit du sie liebst. Ja. Adam überlegt, aber warum hast du sie dann so dumm gemacht? Damit sie dich liebt. Nee, damit sie... Ja, deswegen ist es auch groß geschrieben. Das ist groß, genau.